Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Oppos Deutschlandstart ist ja mit dem Find X2 Pro durchaus gelungen. Ein High-End Smartphone mit allem was verfügbar ist an Hardware hat Oppo da reingepackt und natürlich auch zu einem stattlichen Preis über 1000 Euro. Das Video dazu verlinke ich euch gerne mal hier oben in dem i oder unten in der Videobeschreibung. Aber heute soll es um die Mittelklasse gehen von Oppo. Das Oppo A91 ist ein Mittelklasse Smartphone mit dem Oppo versucht natürlich in den Reihen von Xiaomi, Redmi und so weiter zu punkten. Wir schauen uns heute das Gerät genau an. Ich schildere euch meine ersten Eindrücke und dann geht's los nach dem Intro. Ja, die Verpackung sage ich mal sieht ein wenig anders aus als die von dem Find X2, aber wir haben hier oben auch gleich den Verweis auf den internen Speicher von 8 GB und 128 GB internen Speicher. Vorher war natürlich die RAM. Hier oben nochmal Oppo und hier ganz groß Oppo A91. Das Gerät schon mal abgebildet. Sonst haben wir nochmal den Schriftzug und sonst nichts. Wir schauen auf der Rückseite. Wir haben die Farbe Blazing Blue. Das gefällt mir doch wirklich gut. Immer immer besser wie so eine sag ich mal langweilige schwarze Farbe. Und hier schon mal ein paar Specs, aber die gehen wir in Ruhe natürlich durch. Ziehen das Paket einfach mal auf. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Im Papier-Tray, den man von oben nach unten schieben kann, sehen wir als erstes das SIM-Check-Tool. Legen wir auf die Seite für später ins SIM-Kartenschacht zu schauen. Dann der übliche Papierkram, Warn-D-Card und natürlich ein User-Guide. Aber ich denke, das bekommen wir auch so hin. Hier haben wir eine Hülle. Oppo ist auch so ein Hersteller, der gerne für den ersten Anfang eine Hülle dazu legt. Finde ich wirklich toll. Dann hat man das Gerät geschützt. Bei diesem Gerät, so wie ich es schon weiß, aber wir gucken uns natürlich erst gleich an, gibt es eine Kunststoffrückseite. Und da finde ich es noch viel besser und noch viel wichtiger, dass eine Hülle dabei ist, weil Kunststoff verkratzt noch viel leichter wie zum Beispiel Glas. Ja, habe ich das schon mal vorweggenommen. Kunststoffrückseite ist in der Mittelklasse für einen Preis von 299 Euro. Es scheint mir ein bisschen zu hoch. So um die 250 Euro hätte ich gesagt, ja, kann ich damit leben. Aber für die Mittelklasse natürlich normal, dass da auch Kunststoff verbaut wird. Machen immer mehr Hersteller. Und was haben wir hier noch weiter? Ein Lade- und Datenkabel, ein bisschen grün abgesetzt. Ich nenne es jetzt mal Oppo Grün. Oppo hat ja auch die Farben überall grün in seinen Schriftzügen und so weiter. Und ein Ladeadapter, ein mächtiger Ladeadapter. Erinnert mich irgendwie an den Dash Charge Ladeadapter von OnePlus. Hier steht aber Oppo drauf. Es ist ein 20 Watt Ladeadapter mit der Ladetechnik VOOC Flash Charge 3.0. 20 Watt wie gesagt. Und ihr könnt den 4.025 mAh starken Akku in 30 Minuten zu 50% aufladen. Das ist schon mal eine Ansage. Es geht natürlich noch schneller. Oppo geht natürlich oder kann natürlich noch viel schneller. Aber für die Mittelklasse ist das wirklich ein guter Wert. Ja und oh, das ist noch was. Da sind noch Kopfhörer. Und ihr seht, es ist ein Klinkenanschluss. Also das Gerät hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Ja, sonst war es das hier in der Verpackung. Und dann schauen wir uns natürlich auch direkt das Gerät an. Und ich muss nochmal sagen, vielen Dank an Oppo Deutschland für die Bereitstellung des Leihgeräts. Nach diesem Testvideo geht es natürlich auch wieder zurück. So, da schieben wir das hier oben. Ja, man kann es toll rausschieben. Das schieben wir einfach mal raus. Und ich sehe direkt, es ist klar, keine Displayschutzfolie vorinstalliert. Wie das bei der Verkaufsversion ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Da kann natürlich sein, dass da auch eine vorinstalliert ist. Ihr könnt mir ja mal schon nochmal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, ob Oppo bei der Verkaufsversion hier eine Displayschutzfolie installiert. Ja, wir bleiben aber natürlich, wie in meinen Videos gewohnt, in der Reihe. Wir haben Maße des Geräts von 73,3 in der Breite, 160,2 in der Höhe und ist wirklich sehr, sehr dünn. Es ist 7,9 mm dünn und es wiegt nur 172 Gramm. Deswegen, weil die angesprochene Kunststoffrückseite natürlich nicht so an Gewicht aufträgt. Und die Farbe ist wirklich sehr cool gemacht. Also ich finde das sehr schön, das Blau. Es schimmert je nach Lichteinfall. Also finde ich wirklich toll. Hier nochmal ein Oppo-Schriftzug. Das CE-Zeichen. Damit wisst ihr, es ist auf jeden Fall ein deutsches Gerät. Hier der Kamerahubbel mit vier Kameras. Kommen wir gleich nochmal drauf. Fangen wir oder machen wir weiter mit dem Rahmen, der auch aus Kunststoff ist. Hier in einer doch gut erreichbaren Höhe der Power-Button, den wir auch natürlich gleich mal drücken und gucken, ob auch ein bisschen Saft drauf ist. Jawohl. Und hier oben haben wir ein erstes Mikrofon und sonst nichts. Auf der linken Seite der SIM-Kartenschacht. Und da schauen wir natürlich direkt rein, was hier verbaut ist. Und hier haben wir zwei SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte. Also finde ich auch super, weil immer mehr Hersteller gehen da drauf, dass man doch Dual-SIM hat und zeitgleich die Möglichkeit, eine Micro-SD-Karte zu verbauen, um den internen Speicher von 128 GB mit bis zu 256 GB zu erweitern. Ja, stecken wir den wieder rein. Vorsichtig, dass er nicht umknickt. Hier unten drunter haben wir die Lautstärke-Tasten, die doch einen guten Druckpunkt haben. Und Oppo macht das wirklich konsequent. Auf der rechten Seite der Power-Button, auf der linken Seite die Lautstärke-Tasten. Finde ich toll, weil dann sind die nicht so hoch und man erreicht es wirklich sehr gut. Des Weiteren haben wir hier am Rahmen nichts. Dann gehen wir nach unten und da seht ihr den 3,5 mm Klinkenanschluss, den ich schon angesprochen habe. Ein weiteres Mikrofon, den USB-C 2.0-Port und den Mono-Lautsprecher. Und auf der Vorderseite haben wir dann das 6,4 Zoll große AMOLED-Display. Toll, dass es AMOLED ist, für diesen Preis auch nicht üblich. Full HD+, die Auflösung 1080p mal 2400 Pixel. Eine Pixeldichte von 411 ppi, 60 Hz Bildwiederholungsrate, also ganz normal, keine 90, keine 120. Ein Bildformat von 20 zu 9 und Gorilla Class 5 geschützt. Ja, der Fingerabdrucksensor ist im Display. Das sehen wir jetzt gleich bei der Einrichtung. Und hier oben in der Tropfennosch befindet sich die 16 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.0, HDR-fähig und Videos in 1080p bis 30fps möglich. Ja, wir richten es jetzt mal ganz schnell ein. Ich spule ein bisschen weiter, dass ihr nicht da alles verfolgen müsst. Das ist ja doch immer dasselbe. Und da stimmen wir doch überall mal zu. Wir richten die Gesichtserkennung ein und da machen wir auf Fortsetzen. Ich schaue mal rein. Es hat mein Gesicht erkannt und es geht weiter. Natürlich richten wir auch den Fingerabdrucksensor ein, der mir doch jetzt etwas tief hier vorkommt. Der wirklich fast am unteren Rand des Displays verbaut ist. Aber wir richten ihn natürlich trotzdem ein und schauen später, wie schnell er ist. Ja, das ging von der Einrichtung her. Wirklich schnell ist, müssen wir noch die Ränder des Fingers auflegen. Je nachdem, wie ihr nämlich den Finger auflegt, dass er auch, wenn ihr so ein bisschen schräg auflegt, natürlich den Daumen erkennen kann. Jetzt überprüfen wir doch mal die Geschwindigkeit des Fingerabdrucksensors. Er kommt mir doch durchaus ein bisschen zu weit unten platziert vor. Also ich muss wirklich den Daumen ganz weit nach unten. Aber er ist doch schon relativ schnell, das kann man sagen. Und er wirkt mir doch auch sehr zuverlässig. Ja, die Gesichtserkennung testen wir natürlich auch noch. Das Schloss geht auf. Ich denke mal, das kann man natürlich auch wieder ausschalten. Und die ist wirklich schnell, obwohl natürlich das nicht unbedingt eine Alternative für die Sicherheit ist. Aber sie ist zumindest da. Ja, wir wollen als neues Oppo-Gerät und jetzt willkommen. Und jetzt seht ihr die, ja, ein bisschen, was schade ist. Es ist ColorOS 6 in der Version 6. Es gibt ja mittlerweile ColorOS 7.1. Und ich hoffe für dieses Gerät, weil ich finde es gar nicht so verkehrt. Jawohl, hier meldet sich auch das Phone. Ich finde dieses Gerät gar nicht verkehrt. Und ich hoffe und ich denke schon, dass Oppo hingeht und da auch noch Update auf ColorOS 7.1. Weil die zweite, ja, ich nenne es mal Krux an der ganzen Geschichte, ist auch noch Android 9 ist hier installiert. Ich hoffe und ich denke schon, dass Android 10 auch als Update folgen wird. Ja, wir gehen doch nochmal schnell auf die Rückseite. Da hätten wir beinahe die Kameras vergessen. Ein Quad-Kamera-System. Wir haben die 48 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f1.8. Mit Pixelbinding natürlich. Die Bilder werden in 12 Megapixel geschossen und dann schön zusammengerechnet. Eine 8 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera mit einer Blende von f2.2. 2 Megapixel Monosensor, also schwarz-weiß mit einer Blende von f2.4. Einen 2 Megapixel Tiefensensor mit einer Blende von f2.4. HDR-fähig. 1080p mit 30 FPS Videos. Auch etwas schade. Aber ich sage euch gleich, woran das liegt. Und es gibt noch eine elektronische Bildstabilisierung. Das Ganze liegt daran, also nach meiner Meinung, dass ihr einen Mediatek-Prozessor verbaut habt. Und der leider nicht 4K-videofähig ist. Und ihr habt hier einen Mediatek Helio P70 verbaut. Es ist ein Octa-Core mit maximal 2,1 GHz. Unterstützt wird das Ganze von einer Mali G72 Grafikeinheit. Da bin ich mal gespannt, was diese Kombination so leisten kann. Im Antutu-Benchmark hat dieses Gerät eine Punktzahl von 135.756 erreicht. 8 GB RAM verbaut. Das erscheint mir doch relativ viel. Das finde ich gut. Vielleicht kann das das auch ein bisschen ausgleichen alles. 128 GB internen Speicher. Und der Akku, wie schon angesprochen, ist 4.025 mAh stark. Kein Wireless-Charging-Unterstützung. Das wäre doch zu viel des Gutens. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das ganze Gerät so reagiert. Ihr seht, wenn ich die Taskleiste oben runterziehe, ist schon ein kleiner Ruckler drin. Da bin ich wirklich mal gespannt, wenn sich das Gerät jetzt komplett eingerichtet hat. Ob das dann immer noch so ist. Und ihr könnt das natürlich verfolgen bei meinen Social-Media-Kanälen. Ich blende euch die hier oben mal ein. Könnt ihr gerne folgen. Da freue ich mich drüber. Und bei diesem Gerät, was aber richtig gut ist, ist ein NSC-Sensor verbaut. Also ihr könnt Google Pay nutzen. LTE-Band 20 und natürlich alle wichtigen weiteren LTE-Bänder für Europa. Bluetooth 4.2. Leider auch nur 4.2. Es ist ein bisschen älter. Es kommt mir so vor, als ob es ein älteres Gerät ist. Es ist eher aus 2019, was jetzt nochmal in Europa quasi neu auf den Markt gekommen ist. WLAN habt ihr Unterstützung von A, B, G, N, AC und AX. WiFi-Direct-fähig und natürlich keine IP-Zertifizierung. Ja, das war es soweit zu dem OPPO A91 Mittelklasse-Gerät. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!